Umbauarbeiten im Deutschen Bundestag. Neue Sitze müssen her. 709 Abgeordnete tagen hier demnächst. So viele wie noch nie und unter ihnen besonders wenige Frauen. Nur rund 31 Prozent, so wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr. Vor allem die Fraktionen der FDP, AfD und der Union sind größtenteils männlich besetzt. Die CDU-CSU-Parlamentarierinnen fordern deshalb ein Gegensteuern und erheben Anspruch auf rund ein Drittel der Führungspositionen. Für mich ist es ganz wesentlich, dass Frauen sichtbar bleiben aus verschiedenen Gründen. Wenn wir sichtbar bleiben müssen, dann tun wir das über solche Führungspositionen, die natürlich auch mit einer bestimmten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verbunden sind. Und das ist uns ganz wichtig. Vergleichsweise viele Frauen gibt es hingegen in der Grünen-Fraktion. Rund 58 Prozent. Die Abgeordnete Ulle Schaufs sieht die anderen Parteien und die Bundesregierung um Kanzlerin Merkel in der Pflicht. Es ist eben nicht nur die Frau an der Spitze, die wichtig ist, sondern es ist eben auch die Politik, die dahinter steckt. Und deswegen wäre es auch sehr wichtig, und das ist für mich als Grüne auch das Ziel, Gleichstellungspolitik, Frauenpolitik, Geschlechtergerechtigkeit muss eben als Querschnittsthema auch überall verankert sein. Der Frauenrat der Grünen fordert, dass in der nächsten Bundesregierung die Kabinettsposten zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte vor der Wahl gesagt, sie halte dies für absolut erstrebenswert. Die Kabinettsposten zur Hälfte mit Frauenkanzlerin Angela Merkel hatte vor der Wahl gesagt, sie halte dies für absolut erstrebenswert.